ja hallo und hallöchen mein lieben freunde und damit darf ich so eine folge von oh boah fuck ah mein rückengott der scheiß klappstuhl eh oh schon wieder verrenkt das geht so nicht weiter alter mit dem klappstuhl kannst du doch nicht zocken guckt euch den kack mal an alter aber wo soll ich den jetzt so schnell herkriegen sekunde bitte gleich wieder da meine gebiete wurden erhört es ist also geplant gewesen ich hab mir hier einen neuen stuhl bestellt und hab mal wieder meine genialen schauspielkünfte benutzt ich muss nur ganz kurz das mikro ein bisschen weg stellen dass er sieht sound qualität ist vielleicht die beste in der folge weil mikro und ihr wisst ja das problem aber aber ich habe mein stuhl ich brauche meine schere der bin natürlich professionell ich bin noch nicht vorbereitet aber die stürze dann geht mit meinem ranzen und ich habe sogar auch für geschrieben dass ich ein kleines armtag gemacht das wollte ich heute auch das einzige video sein das einzige weil ich in letzter zeit wo ich die acht ständig am anderen weil ich in letzter zeit immer ein bisschen faul was aufzunehmen und deshalb kam es seit nichts wird sich wieder an ich nehme heute noch von morgen die videos auf dass es wieder weh gewohnt weitergehen kann sorry dass ich ein bisschen faul war aber das muss auch mal sein und ja da ist das wundervolle brachtstück hier seht ihr sie sind nicht wundervoll ja ich muss es ja vielleicht gleich mal runter muss es jetzt erstmal irgendwie aufmachen das heißt dann hier noch ein bisschen verklebt also als ich es hochgetragen haben ihr glaubt nicht wie schwer das war ein mädchen zugeklebt ich meine schön wenn es gut verpackt ist aber an der gewissen stelle kann man es auch übertreiben liebe post oh das sind die leden seht ihr diese schönen im luftpolster verpackten leden cool ich musste wirklich selber zusammen bauen aber ich habe doch ich nehme das gemeldet das ist der ich bin fest zu verstehen ähm hier zum versterben logische weise das heißt ich muss den zusammen bauen ja das wird ja ein tolles unpacking wie das mikro einfach voll im bild steht aber juckt ihn nicht da ist die ah das ist groß da kommt mein pot oder? das schon das ist der ständer mit ballen ballen die auch da drin machen und das ist die große Menge waaah tut mir leidtisch ja das heißt ihr dürft heute in einem Umfang beim äh beim linkszusammenbau zugucken ich sag euch jetzt schon mal das wird ein einzigartig und auch witziges erlebnis für euch wir fangen mal mit den rollen an kann ich die kamera dafür vielleicht noch ein bisschen weiter oh no funktioniert gut wenn ich sie vielleicht hier runter vorne an den schreibtisch tu wartet mal geht so Und was ihr seht, sind noch keine Rohlen dran, das muss gehen wir wieder. Da sind Rollen. Da! Ihr seht. Da sind die Rollen drin. Nevermind. Wo sind denn die Rollen? Das hat aber schon Rollen, oder? Ah ne, das sind auch nicht Schrauben! Muss ich mir Schrauben geben? Ich werd verkacken Leute, ich werd verkacken. Warte mal, geh mal das Mikro nach unten. Dann hört die mich ein bisschen müßchen. Na gut, die muss mir da noch reinschrauben, oder? Das müsste ich eigentlich noch hinkriegen. Die haben da sogar Haare! Nee, das muss ich noch. Okay, 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 warte mal. Muss ich die einfach nur reinschrauben, oder? Ah! Ihr seht, ich kenn mich sehr gut mit sowas aus, äh, nicht. Ja, ich würd mir das trotzdem zusammenbauen. Oder muss ich die einfach nur reinschrauben? Ich steck die einfach mal rein, das wird schon unten sein. Ich hab keine Ahnung. Gut, der kann schon mal rollen. Jetzt muss der theoretisch... Ist da keine Gebrauchstanweisung dabei? Glaub nicht, ne? Doch, da! Ich hab sie gefunden! Hier! So, die war raus. Aha! Seht mal, Schritt 1 haben wir schon gemacht. Jetzt müssen wir... Ich weiß, es ist schwarz rum, aber ich muss es ja auflesen. C und D. Aha! Okay. Das heißt, wir müssen jetzt die zwei Tölle festlegen. Aber was ist hier und was ist die? Irgendwas muss da rein. Funktioniert, muss es festgeschraubt werden, oder so? Nee, jetzt kann ich kommen. Und dann... Was? Ich hab das Teil rausgenommen und es ist mir erst mal auseinandergefallen. Deswegen bin ich jetzt komplett verwirrt. Wir lassen das jetzt fürs erste Mal so und gehen zu Schritt 2. Wer hat's mit dem Ding zu tun? Ach, mit dem hier ist das witzig. Und mit dem... Das ist da. Wo ich jetzt schrauben muss. Ah, guck mal, das wurde sogar schon vorbereitet. Seht ihr das? Da sind schon... Oh mein Gott, ob das stimmt, weiß ich auch noch nicht. So. Gut, das ranzuschrauben ist jetzt nicht so schwer. Und der Tür ist dann schon... Ist ja schon vorgefertigt, dann so. So dann dementsprechend, dass die halt über den Löchern liegen, klar. Das ist jetzt nicht allzu schwer, wie dann die Mechanik. Ach, ich muss die so einbauen, dass die Mechanik... Oh mein Gott, ich bin von drüben. Aber das ranzuschrauben, das kriege ich hin. Das ist ja nicht allzu schwer. Die brauchen noch vier Schrauben, aber wir haben fünf. Ach Gott. Seht mal, die sind sogar auch blau. Halt, warte mal. Das... Das hat bestimmt einen Grund, dass die verschiedene Schrauben haben. Aber das geht da nicht auf der anderen Seite. Oh nee, das ist das, 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 das. Aber... Wie stellen die sich das denn vor? Wie soll ich dann die Unterlagsscheibe da runterkriegen? Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn. Oder bin ich jetzt echt zu ihnen kompetent dafür? Oh, das muss ich nicht aufmerken. Der Stimmbus. Handwerk mit Südia. Da fällt die sich schon rein. Das hat nämlich irgendwie nie so das Gefühl... Ah doch. Ob dann der Stuhl am Ende hält, seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video. Wenn ich dann da vom Stuhl fahre, wisst ihr, dass heute was tief gegangen ist. Wie gesagt, heute kommt nur das Video. Vor allem der Aufbau, wo mich das auch noch angezeigt hat. Wir haben jetzt schon halb drei. Und ich muss unten nachher noch saugen und rauswischen. Und ja. Aber das hier mache ich noch für euch. Ach, dann habe ich... Warte, eins sind breit. Warte, ich muss das nachprobieren. Ich warte, ich habe gefällt. Deswegen probiere ich das nach. Ich möchte ja auch nichts falsch machen an meinem Tonnenstuhl. Warte, komm mal raus. Raus. Schrauben raus. 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 Seht doch, das waren die Großen, das waren die Falschen. Seht doch, da steht die Kappersche. Das sind die Falschen. Ne? Weil es müssen ja die Kleinen sein, die Geler. Und G steht ja... Ich weiß gar nicht, ob ich das vorher gesehen habe oder so. Ich habe es ja vorher mal in die Kamera gehabt. G sind die sechs. Zentimeter. Und das sind die Kleinen. Das sind die Sechs. So. Die habe ich gerade nicht benutzt. Ich denke, es ist der Acht, der die Kappersche sie benutzt hat. So schwer ist es gar nicht. Und wie gesagt, die Schrauben sieht man ja, das sind die kleinsten. Das sind die Falschen. Das sind die kleinen Schrauben. Ich habe ja mal große, mittlere und kleine. Ich bin jetzt echt schon gespannt, wie das... Ich glaube, das war jetzt noch der einfache Part. Ich meine, ich bin immer noch nicht richtig genau sicher, ob das hier überhaupt richtig ist. Das ist ja... Oder ob das überhaupt so haltet am Ende. Ich habe irgendwie gesagt, dass ich rundes war. Warum baue ich den dazu? Aber es ist definitiv Wurf. Weil es war ja gerade, dass mein Rücken passen war ja ein gut geschauspielerter Witz. Aber ich muss sagen, mein Rücken fiel teilweise schon ein bisschen weh so. Das wäre jetzt Schritt zwei gewesen jetzt. Oh mein Gott. Ach, okay. Und jetzt kommt der Rücken und dafür sind der... Okay. Neun. Brücken. Jetzt kann ich die Kamera noch mal ein bisschen herstellen. Also muss ich fast schon stehen. Nein. Ähm. Wir haben die Bühne, wir haben die Video-Teilig-Freiheilung. Ähm. Das sind vier, oder? Ja. Jetzt warten. K, H, I. Ach, K ist der Imbus. Okay. H und I. H sind die mittleren Schrauben. Ach, die haben auch im Verlähnen. Okay. Sind die mittleren Schrauben und I sind die anderen Unterlagsscheiben. in dem Fall. Das heißt, die langen Schrauben und Unterlagsscheiben. Neh mal Front. Front? Das ist aber auch Front. Hier steckt zweimal Front. Da. Und da. Aber das seht ihr jetzt nicht, weil das Teil da vor ist. Na gut, das wird wahrscheinlich da. Da. Zwei. Dings. Das teile ich ja richtig. Das ist ja los, dass es so sein muss. Aber warte mal. Sind die da unten? Ne. Da ist nichts. Ne. Ich dachte, da werden irgendwie die Schrauben gekontakt. Oder hier? Ne. Ich weiß doch, dass da Front ist. Obwohl da steht, dass auf der anderen Seite Front ist. Vier Schrauben. Da sind nur noch zwei Sätze. So dann doch. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht so gut. Wartet mal. Hier muss ich nachher auch noch mal gucken. Wie nach den Rollen und so. Echtes Mal lass ich mir den aufgebaut liefern. Gott. So. Und wie genau wird der jetzt hier festgeschoben? Da steht doch, ich brauche vier auf der Anleitmodel nicht. Ja. Oder sind zwei als Ersatzwahl wie gesagt. Na gut, da sind zwar vier Löcher da aber. Ach da. Also vier Teile zum befestigen. So keine vier Löcher hier. Jetzt haben sie so eine Produktion auch vergessen oder so. Obwohl ich glaube darunter war ja einer. Müsste ich jetzt gerade nachher noch mal in der Aufnahme nachgucken. Ich baue ihn jetzt erstmal so fertig. Und dann sehen wir ja. Ähm, wo ich jetzt brauche es bereits. Anleitung, Anweisung, Anschmeissung, Anfeissung. Ah, ich bin drauf gesessen. Duol. Wirklich ganz duol. Jetzt kann man noch ein bisschen verstören. Wenn sie denn hier auch schon liegen ist das ein Duol. So Schritt 4. Oh mein Gott. Ich musste erst da drauf sitzen. Ach. Ich musste hier aufhören. Und da ist noch ein Drin. Aber es geht nur so, dann kann ich nicht mal halten. Ja, das war alles. Ich denke, ich kann mich nicht machen. Da! Ich denke, ich kann ja dann nicht drauf. Ja, so ist es für die Zeit. Ich muss das mal schon nicht weg, oder? Das ist nicht. So, das muss ich mal machen. Ich würde mich jetzt trinken. Hm. Fühlt sich irgendwie, wenn ich noch so nach vorne gehe. Siehst du schon noch ein bisschen. Wie geht es denn weiter? Lehnen. Fertig. Hm. Na, passiert ist, der geht voll nach vorne. Wie man sieht, ich habe es hier unten sogar richtig gemacht. Ich verstehe zwar nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ach so, klar. Ja, das ist dann. Und so ist es runter. Ich darf schon in zwei. Okay. Voll. Voll gewöhnlich, ne? Kennt man das so. Ist noch ein Lehn, weil dann ein Lehn ist der Teil auch kacke. Dann ein bisschen Lehn montieren. Hier, so. So gucken, wie ich die Lehn montiere. Dann kann ich dann das Mikrofon noch ein bisschen auf den Tisch stellen. Hier hin. Man sieht es nicht mehr. Aua. Und was es mit den anderen zwei Schrauben aufhat, ist... Toll, das weiß ich wirklich nicht. 999999 00com 00 00 00 00 00 00 00 Schicka, Wiener, Schicka, Brandner, Schicka, Gartner, Schicka. Irgendwas, gar nichts, außer wie sie verläuft. Ich habe die Läde falsch rumgemacht. Gott, bin ich ein Retard, ey. Nee. Da willst du nicht mehr. Da willst du. Vor allem guckte ich die Schraube raus. Ich muss mir gleich die Schraube rausziehen. So, mein neuestes Verb, ich nenne es auch Stuhl. Leute, so kann man let's playen, so kann man let's playen und auch so zocken. Manchmal. Aber für das ist es jetzt echt mal Zeit geworden, ey. Schön. Tschüss, Klappstuhl. Das ist der da, ne? Ich seht ja gerade gar nicht richtig. Ihr seht nur den Stuhl da hinten. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu hoch für Mikro und so. Ich muss gerade sowieso mal das ein bisschen festmachen hier. mache ich jetzt natürlich auch noch schön unprofessionell. Jetzt wartet mal, was ist denn da los? So, jetzt denkst du das noch mal festmachen. Ich hab heute so viel geschraubt, ihr glaubt mir keiner. So. Ich komm nicht mal unter meinen Schreibtisch runter. Na gut, da hat sowas irgendwann passiert, ist klar. Schöne Musik läuft gerade. Ja, aber so ist definitiv viel besser, würde ich sagen, ne? Die Webcam ist immer vor mich. So, mein lieben Freunde. Das ist mein neuer Stuhl. Ist ja nicht crisp? Crisp zu dem Maximum! Wuiiii! Ihr muss mit dem Kopf mal mittel aufpassen. Ja, wenn euch das Unpacking und Aufbau nun klar gefallen habt, könnt ihr ja ein Däumchen geben. Ich war am Ende dann noch ein bisschen... Na gut, war auch der Aufbau ja ging jetzt eigentlich. Meine Habtun wäre es auch noch aufgebaut. Nicht. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Jetzt kommen wir auf jeden Fall auch wieder regelmäßig wieder. Das verspreche ich euch. Wann das Video online geht, kann ich noch nicht sagen. Ihr habt ja dann gesehen. Und... Ja... Dann... Ähm... Wie gesagt, Link, wo ich den gekauft hab. E-Bail-Link unten in der Beschreibung von dem. Verkäufer gibt es bestimmt noch andere ähm... Farben. Bist du mal gucken, bin mir nicht sicher. Und ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für meinen neuen Stuhl, dass er endlich da ist. Und ja, so hab ich ihn doch gar nicht aufgebaut. Ich hab's eigentlich gut gemeistert bekommen, kann man eigentlich nix sagen. So, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Auch noch einen schönen Tag. Abend. Morgen gibt's dann wieder regelmäßig Videos. Ich muss die nachher noch aufnehmen. Zeitlich wird's knapp, aber ich krieg's hin. Und ja, was gehst du noch noch zu sagen? Also, tschüss Silly. Hm! Jetzt tiếp mich für's Zuschauen. Ich wollt'svischen. OUT! Das war schon! Vielen Dank.